Hey Freunde, kommen wir zu Großmaulherausforderung, Phase 3 von 5. Öffne Munitionskisten bei Dirty Dogs. Insgesamt müssen wir zwei Munitionskisten öffnen. Dirty Dogs haben wir natürlich hier rechts auf der Karte. Landet dazu einfach bei irgendeiner Halle. Also die können überall sporen, müsst ihr ein bisschen rumgucken. Durchsucht einfach die Halle und wenn ihr nichts findet, geht ihr einfach zur nächsten. Wie in dem Fall ist hier nichts in der Halle. Gehe ich einfach zur nächsten Halle und dann haben wir hier in der Ecke eine stehen. Zack, kurz öffnen und dann suchen wir einfach weiter. Okay, jetzt haben wir hier noch einen Gegner kurz, den einmal weg machen. Kisten können aber auch einfach draußen stehen. Wie in diesem Fall steht sie hier einfach auf dem Parkplatz. Einfach wieder öffnen, zack und damit hätten wir zwei von zwei. Wie gesagt, die spawnen eigentlich relativ random, müsst ihr einfach ein bisschen rumgucken. Und wenn ich euch damit helfen konnte, lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da. Und bis dahin sehen wir uns im nächsten Clip. Ciao. Ciao.